Ende September 2024 topte Hurricane Helene durch die Südstaaten der USA und hinterließ unvorstellbare Bilder der Zerstörung. Nach Eintreffen mit Windstärken bis zu 225 kmh pro Stunde an der nördlichen Küste Floridas fegte Helene als Tropensturm knapp 800 Kilometer landeinwärts und überquerte dabei vier Bundesstaaten bis in die Appalachen, bevor der Sturm sich ganz legte. Im Vergleich ist das in etwa die Strecke von Kiel bis nach München, als wäre ganz Deutschland ein Ahrtal. Florida, Georgia, North und South Carolina, Alabama und Tennessee riefen den Notstand aus. Tausende Menschen flüchteten in Notunterkünfte. Mehr als 20 Tornados wurden gemeldet. In einigen Orten stand das Wasser bis zu 5 Meter hoch. In North Carolina fiel bis zu 750 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehr als vier Millionen Haushalte hatten kein Strom mehr. Nach einer Woche waren es noch mindestens zwei Millionen. Straßen in den Bergregionen wurden unterspült, sind weggebrochen oder waren durch ungestützte Bäume unpassierbar. Häuser sind buchstäblich weggeschwommen. Ganze Ortschaften wurden ausgelöscht. Viele dieser Orte werden gar nicht mehr aufgebaut. Mit mehr als 230 Toten und noch über 600 Vermissten bleibt Helene als einer der tödlichsten Hurricanes in den USA in Erinnerung. Helene war der vierte Hurricanes 2024, der die USA traf. Das ist mittlerweile schon der achte Hurricanes in der Kategorie 4 bis 5 in den letzten 13 Monaten. So viele gab es gerade mal in den 57 Jahren zuvor. Es zeigt sich, dass hier eine besondere Ballung stattfindet. Im Nachgang dieser Katastrophe kommen Stimmen in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit, die das Ausmaß und den Pfad von Helene hinterfragen. Über Hurricanes ist bekannt, dass sie geschwächt werden, sobald sie auf Land treffen. Dieses Phänomen beobachteten Millionen Menschen zwei Wochen später, als Hurricane Milton vom 9. bis 10. Oktober auf Florida einprasselte. Sobald Milton auf Florida traf, schwächte er sich von der Stärke Kategorie 4 nach nur ca. 50 Kilometern über die Landzunge Floridas auf Kategorie 2 ab, was als Bremse gereicht hatte. Daraus ergibt sich die Frage, wie Helene so weit landeinwärts kommen konnte. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die gebirgigen Appalachen, die ärmste Region in den USA, auf dem größten Lithium-Vorkommen des Landes sitzen. Lithium wird benutzt, um Akkus und Batterien für z.B. Handys oder elektrische Autos etc. herzustellen. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen. Im vergangenen Sommer unterzeichnete Präsident Biden eine Verordnung, die gesetzlich festlegt, dass 50% aller neu verkauften Fahrzeuge bis 2030 Elektrofahrzeuge sein sollen, die auf Lithium-Batterien basieren. Das kürzlich unterzeichnete Gesetz zur Verringerung der Inflation zielt darauf ab, Anreize für einheimische Batterielieferketten zu schaffen. Vorgesehen sind Steuererleichterungen für Minen und Gutschriften für Elektroautos und Netzspeicheranwendungen, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Batterien in den USA hergestellt oder recycelt wird. Der investigative Journalist Stu Peters sagte hierzu, Jetzt haben auch Bergbauunternehmen wieder ein Auge auf North Carolina in den Appalachen geworfen, da sie versuchen, vom boomenden Markt für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energienspeicher zu profitieren. Könnte hier tatsächlich Geoengineering, also Wettermanipulation, im Spiel gewesen sein? Eines ist sicher, bei jeder Katastrophe gibt es Profithaie, die sich die Taschen vollstopfen, auch im ganz großen Stil. Kla.TV hat hierzu schon einige Sendungen ausgestrahlt, wie zum Beispiel folgende. Wird das Wetter verrückt gespielt? Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch in unseren Sendungen unter dem Hashtag Geoengineering auf unserer Kla.TV-Website. Wird das Wetter